Ich hab ne Vollversion! Muss ich die anderen jetzt erst kaufen oder was? Die müssen wahrscheinlich freispielen oder? Ich will den Commander haben, das ist doch geile Klasse! Ist das ein Feind? Nein, das ist kein Feind. Versuch ihn mal abzustechen! Sehr gut! Okay, hab ich jetzt einen Verbindenden getötet oder nicht? Scheißegal, du hast jemanden getötet. Teamkill-2, oh scheiße! Das feindet ein Kollege von uns! Mann, was soll ich denn wissen, was ein Kollege ist und was nicht? Huch? Just... What the fuck? Was passiert? Warum wurde die Kamera entspannt? For me? Also irgendjemand hat dich... For me? For me? Mein Squad Leader hat mich gerade getötet! Warum hat dich denn Squad Leader getötet? Na warte, ne, rech ich mich. Ist ne sehr gute Idee. Stich ihn ab! Wie kann ich ihn zustechen? Oh! Ich hab ihn gestochen! Ha! Jetzt von... Die Musik finde ich viel besser zu dem Lied. Die finde ich viel besser, muss ich mal ehrlich sagen. Äh, zu dem Lied, zu dem Spiel hier. Oh god damn! Match lost! Okay, wir haben verloren. Oh, wir sehen hier Panzer rum, die man nicht benutzen kann. Und die? Was machen die? Die gehen jetzt... Die machen jetzt Sturmangriff aus dem Anker raus. Du fühlst ihn an. Töte ihn! Wow, 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 wow. Vor allem, der ist gerade... Hast du ihn... Hast du ihn... Hast du ihn... Hast du ihn gefeuert? Ja! Hab ich ihn getötet? Hab ich ihn getötet? Ah, ja, ja, ja. Du hast ihn getötet. Ich habe sogar Punkte dafür bekommen. Hoffentlich war das jetzt... Das war kein Verbündeter. Vor allem dieselbe Musik immer die ganze Zeit. So wie World of Warcraft, Wald von Elvin Staat Musikgebiet. Ganz schlimm. Oh, guck mal. Ich kann sogar blind feuern. Das macht Sinn. Oh, ja. Ich seh nichts. Ich seh nur Rauch und... Oh Gott. Stacheldraht. Ich seh ihn einfach nur scheiße. Halland! Was passiert ihr? Ich bin erschöpft. Wovon denn? Sorry, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich würde jetzt aber nicht wie so ein Dödel hier so langkriechen auf einem Feld. Weil dann guckst du dich als... als... der Obertrottel an. Ey, Kollege, sag mal. Wo sind die Feinde? Wo sind die Feinde? Da vorne. Wo ich lang gucke. Das ist ein Amerikaner und keine Russe. So. Da vorne, wo ich lang gucke. Richtig. WTF? Oh, ich bin direkt wieder am Leben. Aus irgendwelchen... Gründen. Match 1! Oh, wir haben gewonnen. Nicht dank mir, aber... Warum liegen hier meine Hensi Einzelteile rum? Darum. So was darfst du einfach nicht hinterfragen. Das ist einfach so. Wo sind hier fucking nochmal Gegner? Wo läufst du denn lang? Du läufst gerade durch die Pampa irgendwie, oder? Da! Ich habe gerade sogar einen Feind gesehen. Wahnsinn! Ich bin hier schwimmen, sondern einfach erst. Unpassend. Hast du denn geduldet? Ja! Ja! Ha! So. Ach man. Immer verreck ich an Blutschaden. Drück, drück mittlere Maustaste. Drück mittlere Maustaste. Mittlere Maustaste ist... Oh, du hast die Blutte! Ich bin so niedergemacht. Drück mittlere... Was mache ich mit mittlere Maustaste? Match 1! Match 1 im genau richtigen Zeitpunkt, wo ich nicht mehr sterben kann dann. Oh! Another victory against the Japs. Oh, das ist aber eine geile Zeitung. So eine Harry Potter Zeitung mit bewegenden Bildern, Alter. Mit Zoom! Na gut, dann würde ich mal sagen... Oh! Ich koch H ouvert! Ihr5 Gradometer. Oh!